Liebe Freundinnen und Freunde, weil wir alle zu Hause sitzen müssen in unseren Wohnungen, ohne Publikum, ohne Kollegen und ohne Dirigent, sind wir dazu verdammt, uns wie früher mit dem eigenen Instrument zu beschäftigen. Nachdem ich jetzt die gesamte Bratschenliteratur schon zweimal durchgeübt habe, bin ich auf die Idee gekommen, zu Hause zu unterrichten. Leider will meine Frau nicht Bratsche lernen. Zum Glück hat sich aber jemand aus unserem Familienverband bereit erklärt, mir zu helfen. Allerdings mit dem kleinen Wermutstropfen, es darf auf gar keinen Fall die Bratsche sein. Sie will unbedingt Cello lernen. Kein Problem. Mit viel Freude wird sie euch jetzt ihr Lieblingsstück vorspielen und euch damit sagen, dass wir alle im selben Boot sitzen und aufpassen müssen, nicht unterzugehen. Viel Spaß. Musik 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 Vielen Dank.